In diesem Video beschäftigen wir uns mit Variablen. Was sind eigentlich Variablen? Variablen sind Platzhalter mit zugewiesenen Werten, die während des Programmablaufes verändert werden können. Variablen können unter anderem dazu eingesetzt werden, Zeiten zu speichern oder einen Punktestand anzuzeigen. Mit Hilfe von Variablen probieren wir nun, einen Punktestand in unser Programm einzubauen. Wir haben hier ein Objekt und immer wenn das Objekt angetippt wird, soll sich der Punktestand um 1 erhöhen. Beim Start des Programms soll natürlich der Punktestand bei 0 sein. Um zu starten, gehen wir zur Kategorie Daten. Dort finden wir den Baustein Sätze Variable. Bevor wir mit Variablen arbeiten können, müssen wir die Variable definieren. Genau das machen wir mit diesem Baustein. Wir tippen auf Neu, um der Variable einen passenden Namen zu geben. Da diese Variable den Punktestand speichern soll, nennen wir sie auch Punktestand. Zusätzlich soll sie von jedem Objekt genutzt werden können. Deswegen wählen wir für alle Objekte. Nun ändern wir noch den Startwert von unserem Punktestand auf 0. Immer wenn unser Objekt nun angetippt wird, soll sich der Punktestand um 1 erhöhen. Dazu platzieren wir nun den Ändere Variable-Baustein unter Wenn angetippt. Hier wählen wir die Variable Punktestand aus und als Wert wählen wir 1. Das Einzige, was nun fehlt, ist, dass unser Punktestand auch am Bildschirm angezeigt wird. Dazu brauchen wir noch den Zeige-Variable-Baustein, den wir zum Wenn-Programm-Gestartet-Block hinzufügen. Hier wählen wir wieder unsere Variable aus und definieren die Position, an der sie angezeigt werden soll. Probieren wir das Ganze nun aus. Es funktioniert, wir tippen auf das Objekt und der Punktestand erhöht sich um 1. Damit andere wissen, was dieser Wert bedeutet, wäre es noch schön, eine Bezeichnung dieses Wertes zu haben. Dazu erzeugen wir eine neue Variable mit Namen und setzen diese auf den Wert Punkte. Wie du siehst, können Variablen als Werte auch Wörter haben. Diese Variable müssen wir nun neben unserem Punktestand anzeigen lassen. Wir testen das Programm wieder und sehen, wir haben einen Punktestand. Super! 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 Super!